Ich bin Samantha Cristoforetti, Astronautin mit der Europäischen Raumfahrtorganisation. Ich bereite mich zurzeit auf meinen zweiten Flug auf der ISS vor und dementsprechend versuche natürlich jeden Tag auch ein bisschen körperlich aktiv zu sein, ins Gym zu kommen. Manchmal mache ich so Kardiotätigkeiten, aber jeden Tag versuche ich auch so richtig zu liften, also mit Gewichten zu arbeiten. Also Squats und Deadlift und Benchpress sind ja richtig ganz wichtig. Vor allem, weil wir solche Übungen dann wirklich auch täglich auf der Raumstation ausführen. Das ist ja ganz wichtig, weil da oben sind wir in der Schwerelosigkeit. Das ist ein Zustand, wo sich die Knochen sehr, sehr schnell abbauen. Und um dem entgegenzuwirken, müssen wir dann wirklich jeden Tag auch solche Übungen mit mit richtigen Gewichten ausüben, damit wir dann wirklich den Signal an unseren Körper geben, Knochen nicht abbauen, sondern erhalten. Und um das ist ja ganz wichtig, weil wir dann natürlich auch ein paar Tage da waren, dass wir dann auch die Knochen, die wir dann auch hier so sehr machen. Und um zum Beispiel, wenn wir dann auch die Knochen, die wir dann auch hier ein paar Tage machen, dann gehen wir dann in der Mitte Knochen. Und um das ist ja sehr, 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 sehr viel, sehr, sehr, sehr. Vielen Dank.